hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play dieses let's play heißt dlc quest ein spiel das ich von dem guten bumble geschenkt bekommen habe weil das auf meiner geschenkliste bei steam war und dann dachte er sich hier kann ich aber die diese schenken dafür erst mal vielen dank herr bumble finde ich sehr geil und ja ich würde sagen wir legen einfach mal los und hier steht schon eine kleine warnung und zwar dass dieses game so satire ist und dass alle download möglichkeiten content alles in dem spiel drin ist und man nur mit in game währung bezahlen muss ist das nicht toll so wir machen einfach mal die lc quest und starten ein neues spiel ich habe ihm schon einmal ganz kurz reingeguckt und die story ist nämlich wie folgt die ändert ein bisschen an super meat boy ihr werdet gleich sehen warum da ist die prinzessin das sind wir und dann gibt es noch den bad guy und was macht dieser bad guy natürlich er nimmt die prozesse mit oder 1 oder 1 bitte nehmen doch nicht mal die prinzessin weg ich finde übrigens diesen haus so richtig dumm und da geht unsere motivation ja da wir jetzt motiviert sind können wir unsere quest starten aber erstmal kommt hier noch eine nette nachricht und zwar willkommen zu dlc quest du hast vielleicht gemerkt dass einige features fehlen wie zum beispiel animation sound oder sich nach links bewegen nichts was ein kleines dlc nicht lösen könnte rede mit dem shopkeeper ja und in der tat wir können nicht nach links laufen egal wie oft ich drücke es geht einfach nicht ich kann mich nur nach rechts bewegen und unsere animation fehlt und der sound leider auch und ich kann auch nicht springen ich kann so gar nichts machen außer nach rechts gehen und so ist das natürlich ein bisschen trist und deswegen reden wir mal den shopkeeper das können wir nämlich auch ohne dlc und der sagt uns der böse typ hat die prinzessin mcguffin gestohlen du musst sie retten außerdem hat er dein onkel getötet du musst dich rächen und ich glaube er hat sogar in das wasser der stadt gepinkelt aber ich glaube das ist nicht so wichtig kaufe ein paar dlcs und folge ihm du brauchst es okay wir kaufen uns jetzt erstmal ein movement pack und mit diesem movement pack können wir nämlich da experience jacks next gen control features jumping and moving left dann können wir nach links und also nach links bewegen und jumpen boah geil die animation haben wir leider immer noch nicht und wir haben auch noch kein sound was ein bisschen scheiß ist der böse typ ist in diese richtung gelaufen nein ein kleiner bush den wir nur mit dem schwert kaputt machen können wo kriegen wir dieses schwert nur her man weiß es nicht man weiß es nicht und was ist das hier schön ist wahrscheinlich ein dlc aber for your horse pack geilo wir haben ein neues dlc freigeschaltet was steht da und dlc kannst du vom shopkeeper kaufen wow amazing okay wir haben jetzt auf jeden fall schon 15 münzen damit kaufen wir uns auf jeden fall ein paar dlcs und da es ohne audio voll doof ist holen wir jetzt noch das audiopack a whole new sense of experience boah geil gleich viel besser und dann holen wir noch das animations pack weil das einfach viel besser aussieht wenn wir so ein bisschen hecheln und mit der musik ist das schon gleich viel geiler und was hast du zu sagen kleines pferd bist du ein pferd oder ein esel okay gut was soll ein pferd auch schon sagen hallo blacksmith du brauchst ein schwert um die büsche abzuholzen ja das schicksal der welt liegt auf meinen liegt auf mir muss dein schwert aus diesen schleifsteinen schärfen du brauchst nur 10.000 umrundungen damit du es schaffst okay 10.000 mal easy peasy ich hoffe ich habe zeit mitgebracht okay das dauert irgendwie ein bisschen sehr lang hast du noch ein tipp für mich keep grinding irgendwann wirst du dein schwert bekommen ich wette da gibt es ein dlc mit denen du zeit sparen kannst okay er sagt nur dasselbe ok da gibt es bestimmten die jetzt hier aber ich kann geld sparen wenn ich das jetzt 10.000 mal hier drücke nee okay das ist mir ein bisschen zu blöd created by going loud studios follow us genau folgt ihr geht auf ihre internetseite das ist ein breaking your immersion ist nö kein problem so wir können ja schon hüpfen na wer bist du ich hoffe niemand greift mein scharf an ich habe sie irgendwo in der ich habe sie irgendwo frei rumlaufen lassen ich habe nicht mehr daran gedacht spieler shepherd shepherd okay shepherd alles klar so wir holen uns hier noch ein paar münzen wow erst mal den kopf stoßen münzen sind zum sammeln da wow wir haben schon 21 münzen davon können wir uns richtig geile dlcs kaufen wow diesen dlcs können wir dann geile sachen machen aber erst mal gucken wir was hier links ist warning reports of strange encounters in the area oh nein nein oh gott ein kampf und wir haben nicht mal ein schwert und nein was sollen wir tun was sollen wir tun wer bist du du siehst aus die cloud oder so also ein bisschen was war das wenn immer ich jemanden hier treffe macht der bildschirm das tut mir leid kannst du mich durchlassen niemals du wirst mich niemals outsmarten hahaha hahaha okay wir haben neues dlc pack freigeschalten das wir kaufen könnten mal gucke oh hallo scharf bitte tu dem scharf nicht weh shepherd okay ich kann ja gar nicht wehtun weil ich kein blödes schwert habe okay ich habe dein scharf darf leben aber nur heute nur heute okay wir brauchen auf jeden fall ein schwert und rechts hat mir schon alles was können wir uns denn jetzt kaufen wir haben 36 münzen wir können uns teines money pack kaufen damit können wir unser schwert weinten und zwar tausendmal schneller okay das holen wir uns auf jeden fall und ein pausenmenü ist doch auch sehr geil this used to come standard okay geil so jetzt sollten wir uns auf jeden fall ganz schnell ein schwert kaufen können hier mit nur 10 umdrehungen perfekt da haben wir ein schwert ich hoffe das schwert wird es für dich richten es ist alles was ich habe ich habe es mir doch selber gemacht man so ein blöd mann okay links kann man nicht weiter aber rechts da war ja irgendwo so ein busch obwohl warte links war auch noch waren auch noch ein paar büsche die machen wir schnell kaputt bei shepard hallo shepard ich brauche mal eben deine münzen hier und ich töte mal eben ein schaf wenn das kein problem ist ich hoffe shepard kommt jetzt nicht gleich an ich sterbe scha- lol okay sorry schaaf ich habe jetzt böse auf uns nö er sagt genau selber okay tschüss shepard ich hab dann schaaf umgebracht na gut so dann schauen wir mal wo ich wie toolies in der rechten seite finden haha noch ein schaf und wir haben double jump freigeschalten geilo kommen wir da oben hin dafür brauchen wir den double jump caution drop auch wird schon nicht nein wird schon nicht so schlimm sein wir haben alles bekommen das sieht nach ein geheimraum aus oh tatsache hole in the wall secret stash don't touch was was heißt denn stash keine ahnung wir haben ein secret gefunden geilo that first step was a doozy okay alles klar kann ich kann ich verstehen was sagst du mir schönes totes ende nein wirklich dreh einfach um das sieht mir aber sehr nach ein geheimnis aus ja wow ich bin der geheimnis master 3000 geilo wir kriegen hier richtig viel geld wir sind reich reich wir haben schon 59 münzen wow und ich finde jedes secret kein secret ist sicher von mir keins okay wir haben jetzt richtig viel geld damit können wir uns gleich richtig geile dlcs kaufen und mit den dlcs können wir dann ganz tolle sachen machen nach was bist du für ein typ ich habe nichts relevantes zu sagen was ich werde eine wichtige rolle spielen aber das weißt du jetzt noch nicht okay du bist irgendwann wichtig du brauchst ein dlc der wald ist sehr dicht du brauchst eine map um auf die andere seite zu kommen okay wir haben das medpack freigeschalten auf zurück da oben ist noch ein schaf das müssen wir auf jeden fall noch töten ich will alle schafe töten shepherd ist nämlich blöd er nennt uns einfach nur player obwohl wir einen namen haben naja noch nicht uns hat gar keiner nach dem namen gefragt oh gott wir haben keinen namen oh nein wir sind namenlos mehr dlcs okay was holen wir uns wir haben nur 71 münzen und wir können uns jetzt aber ein exklusives vorbestellungs dlc für das heiße neue spiel holen geil okay vorbestellen ist immer toll das finde ich sowieso komisch immer die solche season pass dinger hatte gab es aber bei battlefield und bei wo noch bei 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 dark souls habe ich das auch gemacht man kaufte schon die dlcs bevor man überhaupt weiß ob das spiel gut wird das ist eigentlich so bescheuert so äh hi ich habe hier das das pre exklusive ding dun 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 warte ist das die limitierte edition vom psychologischen krieg pick natürlich ist es das äh was heißt da noch mal erhältlich in der pre order exklusive edition ja kann ich das haben wirst du mich dann alleine lassen deal okay bitteschön ich weiß nicht mal warum ich das pack haben wollte ich muss das einfach haben ach ja das kenne ich das kenne ich cool jetzt können wir hier auch lang dafür brauchen wir anscheinend double jump aber kein problem für uns können wir uns auch gleich leisten wie teuer war der mit 150 münzen oder so das da unten sah wieder sehr stark nach dem secret aus oder sind sogar auch münzen drin geilo wir werden reich richtig reich warte du stirbst ich hoffe nur das wird jetzt nicht irgendwie zu unserem verhängnis später wenn wir die alle töten vielleicht wäre shepard dann noch irgendwie nützlich geworden da ist eine kiste oben ich kann sie sehen aber ich kann sie nicht erreichen dankeschön dass du mir sagst was ich denke so viele münzen ich mag die musik so wir haben schon über 100 münzen was hast du noch zu sagen phil ich bin ich bin ein philler npc ich habe nix zu der situation beizutragen hä du verarschst mich doch oder ich weiß nicht mal warum ich hier runter gegangen bin okay geil phil phil ist ein philler oh noch ein secret was wir hier wohl finden werden noch mehr münzen wer hätte es gedacht okay geilo ich bin glücklich hallo phil phil ich habe dich verwisst ich komme wieder du philler npc das ist schön finde ich ein bisschen schade dass ich moment ah da war ich schon finde ich ein bisschen schade dass ich die npcs nicht freischalten musste egal du hast Spaß mit deiner pre edition und wir holen uns jetzt unseren geilen double jump ich hoffe den können wir uns leisten nicht dass er gleich 150 kostet oder so aber wir schauen mal nach na ich hätte gerne ein dlc und zwar 100 okay 100 kostet das wir haben einen double jump kommen wir damit jetzt hier auch schon irgendwo hin wo wir vorher noch nicht waren wir sind ein big spender geil wir sind halt reich was willst du tun kommen wir da oben irgendwie hin ich glaube nicht aber hier ganz links war noch irgendwas oder ach so und wir kommen auch gleich noch an diese kiste ran stimmt stimmt da müssen wir auch gleich noch mal hin da oben ist noch so eine kiste was haben wir hier schönes ein schaf stirb schaf stirb stirb gut sehr perfekt wie viele münzen brauchen wir für das nächste dlc ich weiß es nicht was haben wir hier top headpack oh haben wir da eine hüte das wäre ja richtig geil ich hätte so gerne ein zylinder auf was hast du mir zu sagen hey hält hier drüben was mein name ist nicht hält äh danke gott dass du hergekommen bist hält ich brauche deine hilfe wölfe haben die kinder aus der aus dem dorf gestohlen ich außerdem habe ich mein verzaubertes buch der zauber verloren warte wölfe kinder und ich kann meinen meine angel nicht finden wow wow verzaubert angel nein es ist nur eine normale angel aber es ist glück was ist lucky es ist glücklich du musst die kinder befreien das verzauberte buch wiederholen und meine angel finden ich weißt du was nein einfach nein ich weiß nicht mehr wer du bist äh löse deine eigenen probleme ich bin beschäftigt genau blödmann das das nichts plot ähnliches hier drüben hast du vergessen dass der böse typ nach osten gegangen ist nein habe ich natürlich nicht aber wie soll ich nach osten gehen wenn ich keine karte habe außerdem gibt es hier noch ganz viele komisch aussehende schafe kommen wir da oben hin jo perfekt hier ist wieder ein secret wie es aussieht und ein schaf diese secret war nur für schaf okay dann denke ich mal wir sollen alle schafe töten und ich würde dann aber sagen ähm wir gehen auch kurz zu der Kiste und was in dieser geilen Kiste da oben drin ist an die ich jetzt nämlich rankomme weil ich einen geilen Double Jump habe sehen wir dann in der nächsten Folge ich hoffe diese erste Folge hat euch gefallen ui ähm ihr könnt euch gerne mal bedanken bei Bumble dass er mir dieses Spiel geschenkt hat und ja dann würde ich mich über eine Bewertung freuen ich würde mich auch freuen wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einscheinen würdet bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal tschüss